Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des U-Talk Podcasts. Mein Name ist Raphael von TimeWaref und ich bin heute nicht allein, denn ich bin heute wieder mit dem Lukas da. Hi zusammen! Ja, wir beide haben uns heute wieder mal online zusammengeschaltet, denn wir haben letztens über Automatikohren und Handaufzugsohren gesprochen und da haben wir natürlich eine weitere Kategorie der Uhrenantriebe vergessen, die wir jetzt mal nachholen werden und zwar die Quarzuhren. Ist das denn so, Lukas? Ja, wir sind ja beide bekennende Handaufzugshuhrenliebhaber, beziehungsweise allgemein bevorzugen wir mechanische Uhren und dementsprechend ist das immer so ein Thema, was bis dato irre so ein bisschen stiefmütterlich, glaube ich, hier im Podcast behandelt wurde und ja, da hoffe ich, dass wir euch heute mal so einen kleinen Überblick über die Geschichte der Quarzuhren geben können und dann unsere persönliche Meinung dazu mitteilen können und wie wir dazu stehen und ob wir uns selber auch mal eine kaufen würden, beziehungsweise ob wir schon welche haben. Genau so machen wir das. Aber bevor wir anfangen, Lukas, du kennst unser übliches Prozedere, der Audio Wrist Check. Was trägst du heute an deinem Handgelenk? Ja, ich trage heute leider keine Quarzuhren am Handgelenk, sondern eine Vintage-Automatik-Uhr. Das ist eine Herzfeld-Automatik. Da drin schlägt ein robustes Duromat-Automatik-Kaliber mit 25 Edelsteinen oder Rubinen vielmehr. Ja, die habe ich vom lieben Psychomaniac, beziehungsweise Cem, geschenkt bekommen. Viele kennen ihn sicherlich. Und ja, die trage ich sehr gerne. Aktuell in einem schwarzen, schlichten Lederband. Macht richtig Spaß, unkompliziert zu tragen. Und ja, was trägst du am Handgelenk? Ja, ich habe mich natürlich heute für eine Quarzuhren entschieden. Also wenn du der ganzen Geschichte schon nicht nachkommen kannst oder willst. Und zwar trage ich heute meine Psycho AGS, also die Automatic Generating System. Die kommt übrigens auch vom Psychomaniac, also vom Liebenschirm. Und ja, es ist momentan wirklich mein absoluter Favorite aus dem gesamten Psycho-Line-Up. Ich habe ja sonst noch die Bullhead und diesen Alarm-Chronographen. Aber die AGS ist mittlerweile ziemlich, ziemlich oft am Handgelenk. Die hat ein weißes Ziffernblatt, das wirklich sehr, sehr hell scheint. Dazu noch das massive Band, was ja zu dieser Zeit, also wirklich vor 30 Jahren, wirklich noch eine Besonderheit war, was ja auch bei Rolex nur Faltbänder gab. Aber ja, die Uhr hat zusätzlich noch einen Rotor, der dann einen Kondensator auflädt, so wie mir das erklärt wurde. Und somit hat die Uhr dann im Endeffekt eine ewige Gangreserfe. Unter Anführungszeichen wie eine Automatik. Ja, auch durch den Glanz, den die Uhr in der Sonne hat, ist das für mich eine ganz besondere Uhr, die ich wirklich, wirklich gerne jetzt im Sommer trage. Ja, die finde ich auch echt cool. Du hast noch so eine gewisse mechanische Komponente dabei, dass dann eben durch den Rotor, ja, mechanische Energie, elektrische Energie umgewandelt wird. Finde ich ganz cool. Du hast eine robuste, schöne Uhr, die was hermacht. Und ja, cooles Teil. So, Lukas, dann lass uns jetzt aber anfangen. Und zwar sprechen wir, wie bereits gesagt, über die Quarzuhren. Wie du ja sicher weißt, ist die Quarzuhren jetzt nicht unbedingt so alt wie die Uhrmacherkunst. Ganz im Gegenteil. Denn die ist ja erst vor roundabout 50 Jahren auf der Marke gekommen. Ja, absolut richtig. Die hat ja damals auch echt für mächtig Trubel in der ganzen Urnindustrie gesorgt. Also ich glaube, es war so um 1970 die Psycho Astron, die erste Quarzuh, die wirklich, ja, in Massenfertigung oder in Serienfertigung ging und auch auf den Markt kam. Soweit ich weiß, gab es schon vorher Schweizer Unternehmen, die mit der gleichen Technologie geforscht haben oder an der gleichen Technologie geforscht haben. Und da auch Prototypen entwickelt haben, aber, ja, nie so weit gekommen sind, das Ganze dann eben in Serienfertigung zu bringen. Und das Ganze hat dann eben ja so diese Schweizer Uhrenindustrie oder die weltweite Uhrenindustrie vielmehr ja wirklich umgekrempelt, weil damals war eine Uhr ja eher ein Werkzeug als ein Luxushuder. Und ja, die Besonderheit war daher einfach, dass eine solche Uhr, eine Quarzuhr, ja wesentlich genauer war als die althergebrachten mechanischen. Damals war das ja eben noch nicht so, dass man eben, ja, Wert auf die Mechanik gelegt hat beziehungsweise sich dafür so fasziniert hat. Gab es sicherlich auch, ja, Liebhaberstücke, wenn man an kompliziertere Uhren denkt. Aber ich sage mal, so viele, die dann ihre Alltagsuhr getragen haben, da ging es ja einfach darum, dass sie möglichst ganggenauer und bequem eben die Zeit anzeigt. Teilweise dann eben aber auch noch mit einer Funktion in Form einer Taucheruhr oder eines Chronographens. Und da stellte die Quarzuhur dann natürlich schon eine Revolution dar, dass diese einfach wesentlich ganggenauer war, wesentlich weniger Wartung benötigte und vor allem auch deutlich bequemer war. Also da musste man dann innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Jahren, je nach Uhr wahrscheinlich einmal die Batterie wechseln und das war es dann auch schon. Wirkliche Revision hat man wahrscheinlich auch nie wirklich machen müssen. Und das sieht dann bei einer Handaufzugs- oder Automatikuhr natürlich schon deutlich anders aus, die man dann regelmäßig stellen muss, wenn sie mal stehen geblieben ist, die man dann gegebenenfalls aufziehen muss. Und ja, das ist so erstmal grob die Thematik, die mit der Quarzuhur dann in den 70ern und 80ern einherging. Genau, alles begann ja damals mit der Psycho-Astron, also verschiedene Quarzuhuren, die wurden ja schon früher entwickelt, also wirklich das Prinzip der Quarzuhur. Und da nochmal kurz darauf einzugehen, wie eine Quarzuhur eigentlich funktioniert. Bei der Quarzuhur hat man eine Batterie, beziehungsweise einen Akku als Energiespeicher, der ersetzt im Vergleich die Feder mechanisch nur. Und diese Energie wird dann an den Quarz-Oszillator weitergegeben. Dieser Quarzuhur-Oszillator schwingt mit 32.760 Schwingungen pro Sekunde und diese Schwingungen werden dann durch 32.760 dividiert, sodass nur alle 32.760 Schwingungen ein Impuls an den Schrittmotor weitergegeben wird. Ja, Lukas, wie du bereits gesagt hast, die Quarzuhur hat ja die ganze U-Industrie ein bisschen auf den Kopf gestellt, denn von Japan kamen damals die günstigen Quarzuhuren und die Schweizer, die waren da ein bisschen konservativ eingestellt, dachten, okay, wir machen jetzt unsere edlen mechanischen Huren weiter, die wir jetzt ja über die Jahrhunderte hinweg perfektioniert haben. Doch das hat nicht geklappt. Genau. Wie du gesagt hast, haben die Schweizer eher dann an ihrer althergebrachten Mechanik festgehalten, was dann so beinahe eben dann den Untergang der ganzen Schweizer U-Industrie bedeutet hätte. Also in den 70ern gab es da ja eben massive Manufakturschließungen und Arbeitsplatzschwund. Also viele Uhrmacher und Produzenten wurden arbeitslos. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb es heute auf dem Vintage-Markt viele Uhren gibt oder von Marken gibt, die man heute gar nicht mehr kennt. Universal-Geneffe ist da, denke ich, ein sehr prominentes Beispiel. Ja, ansonsten kann man dann eben sagen, dass Nikolaus Hayek mit der Swatch dann eben, ja, die Schweizer U-Industrie im Prinzip so ein bisschen gerettet hat. Also mit der Swatch wurde er eben eine günstige, zuverlässige und vor allem, ja, flippige Uhr, sage ich mal, vorgestellt. Also die gab es ja in unzähligen Varianten, in hohen Auflagen, günstig und maschinell vor allem gefertigt, um dann eben auch wettbewerbsfähig mit den japanischen Konkurrenten zu sein. Und ja, das hat dann rückblickend der Schweizer U-Industrie wahrscheinlich den, ja, wie man salopp sagt, den Arsch gerettet. Genau, wobei ich dazu sagen muss, dass jetzt Universal-Geneffe definitiv unter der Quarzkrise gelitten hat, aber die wussten sich relativ gut zu helfen mit ihrer Unisonic. Also die hatten ja ein Stimmgabelwerk von Bullover verbaut in ihren Uhren. Und Stand heute gibt es die Marke so noch, die bauen zwar keine Uhren mehr, die hatten aber in den 90ern noch viele Uhren gebaut, aber natürlich ist der ganze alte Flair der Marke dann ein bisschen verloren gegangen. Und wie du schon richtig gesagt hast, viele Marken, beziehungsweise viele Manufakturen, beziehungsweise viele Manufakturen, die es damals noch gab, gibt es heute nicht mehr. Einfach deshalb, weil sie sich vor der Flut an Quarzo nicht mehr retten konnten. Ja, gut, dass du das nochmal konkretisiert hast. Da bist du definitiv der Experte auf dem Gebiet. Aber ja, viele Marken haben darunter gelitten, viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und ich glaube, mal so Zahlen gehört zu haben, dass es so vor der Quarzkrise rund 2000 Uhrenhersteller, beziehungsweise Produzenten und Firmen gab in der Schweiz und nach der Quarzkrise nur noch rund 500, was ja schon dieses Ausmaß der ganzen Krise dann eben so recht gut verdeutlicht. Genau, ja, und jetzt sind es 50 Jahre später. Und ja, Quarz ist immer noch mega beliebt. Zwar nicht unbedingt in der Welt der Autologerie, aber wenn man sich jetzt mal ein bisschen an den Handgelenken der Menschen umschaut, man sieht faktisch so gut wie nur Quarz. Natürlich einige mechanische Uhren, aber der Großteil ist Quarz. Ich spreche da natürlich von den ganzen Modeuhren, von Armani, von Diesel und so weiter. Aber natürlich auch von den wirklichen Uhrenfirmen, wie beispielsweise Saiko und wie vorher schon angesprochen, Swatch. Ja, ich denke, dass es aber auch einfach so eine bewusste Entscheidung zur Mechanik hin sein muss, um heute wirklich eine mechanische Uhr kaufen zu können. Weil ich sage mal, wenn du in den normalen Juwelier reingehst und sagst, ich suche eine Uhr, dann wird der dir wahrscheinlich von sich aus eher keine mechanische Uhr anbieten, weil die Vorteile einer Quarz so einfach auf der Hand liegen. Ist im Unterhalt günstiger, meistens auch in der Anschaffung. Und wenn dann auch noch ein bekannter Name draufsteht, den man von Kleidung und so schon mit Luxus assoziiert, ist das natürlich oft etwas, was dann so das ausschlaggebende Kaufargument ist. Ich denke, dass man da dann aber eben nochmal differenzieren muss. Also es gibt ja durchaus Quarzuhren, wo man nichts mit falsch macht, die auch sehr angesehen sind. Du hast eben Saiko angesprochen. Da gibt es ja auch wirklich interessante Uhren, dann auch mit Komplikationen. Und da finde ich dann Quarz schon vollkommen legitim und auch interessant. Genau, und da möchte ich jetzt nochmal eine Quarzuhu hervorheben, die mir persönlich wirklich sehr gefällt. Und zwar ist das die FP Journe Elegant. Das ist eine Quarzuhu, die meiner Meinung nach ganz, ganz oben mitspielt. Komplett in Manufaktur von FP Journe gebaut. Mit einem, also mit einer Art Rotor. Der Rotor hat aber nicht den Zweck, die Uhr aufzuladen, sondern der erkennt Bewegungen. Und sobald man die Uhr dann nach längerem Liegenlassen wieder in die Hand nimmt, stellt sich die Zeit automatisch durch dieses Element, das die Bewegung erkennt. Und vom Qualitativen her bin ich mir sicher, dass das die beste Quarzuhu ist. Denn FP Journe ist meiner Meinung nach ganz, ganz oben von den Uhrenherstellern. Und ich finde es auch beachtenswert, dass so eine Manufaktur, die ja für beste Autorlogerie steht, sich auch zur Aufgabe gemacht hat, eine Quarzuhu herzustellen. Was ja beispielsweise andere Hersteller wie Lange oder Blombein nicht machen würden. Denn der Werbespruch von Blombein ist ja, sie haben in ihrer gesamten Laufbahn noch nie eine Quarzuhu gebaut. Finde ich gar nicht unbedingt so verwunderlich, dass FP Journe da jetzt unbedingt eine Quarzuhu produziert hat, weil die ja wirklich für außergewöhnliche Uhren stehen. Und Quarz hat nun mal seine Position. Und da dann einfach nochmal zu zeigen, so, wir können auch Quarz, aber wenn dann richtig, finde ich so als Werbemaßnahme, beziehungsweise als Statement schon vollkommen interessant, beziehungsweise vollkommen legitim. Und auch sehr interessant. Ich denke, dass du bei deiner Bezeichnung als beste Quarzuhu definitiv aber auch nicht die Grand Psycho-Reihen mit Quarzwerk eben vergessen darfst. Also habe ich gestern erst ein Video von Bark & Jack zugesehen, der eben eine genaue Bezeichnung, weiß ich nicht, dafür bin ich da nicht genug drin, aber eine Grand Psycho-Quarz mit GMT-Funktion hat. Und da hat er dann eben auch noch etwas auf das Werk oder ist dann noch etwas auf das Werk eingegangen, was ja eins aus der 9F-Serie ist. Und was die Werke leisten, beziehungsweise was die können, finde ich schon echt enorm. Was ist denn deine Meinung so zu Grand Psycho? Ja, wie du schon gesagt hast, Grand Psycho ist definitiv auch weit oben dabei bei den ganzen Quarz-Geschichten, denn die haben ja neben ihrem Spring Drive, was ja per se nicht wirklich Quarz ist, haben die auch noch die konventionellen Quarz-Huhen. Aber ich muss dann wiederum sagen, dass ich Grand Psycho und FP Jun absolut nicht in einer Klasse sehe. Also für mich ist FP Jun auch über Patek, jetzt vom Qualitativen her. Ich hatte mal das Glück, einige Modelle in der Hand zu haben und wenn man sich die Sache mal ansieht, also da ist wirklich alles, wirklich von Grund auf Manufaktur, da gibt es keine Bauschwerke oder irgendwelche Basisplatten und zudem auch die Qualität dahingehend, dass ja beispielsweise die Werke teilweise aus Gold sind, wirklich aus 18 Karat Gold, muss ich wirklich sagen, dass FP Jun für mich da nochmal eine Stufe drüber ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich Grand Psycho auch sehr, sehr interessant und ich finde es auch interessant, dass sich die einfach nochmal der Quarz-Huhen annehmen, weil Rolex beispielsweise hat das ja auch damals gebracht mit den neuesten Quarz-Morellen, die ich übrigens sehr, sehr schön finde. Das waren ja mitunter die ersten Rolex-Morelle mit wirklich massivem Band und irgendwo finde ich es schade, dass die diese Option heutzutage nicht mehr anbieten, denn wenn man sich mal das Werk ansieht von einer Rolex-Euster-Quarz, das ist kein billiges, klischeehaftes Quarz-Werk, wie man es von einer Daniel Wellington kennt, einfach dieses kleine Werk mit der kleinen Knopfzelle. Und einen riesigen Plastik-Werkhalter-Ring. Genau, einen riesigen Plastik-Werkhalter. Das sind ja dann wirklich schon hochqualitative Werke und das finde ich wiederum geil, weil ich denke mir, wenn irgendjemand sagt, okay, ich würde zwar gerne eine schöne, hochqualitative Uhr einer edlen Manufaktur tragen, will aber nicht eine empfindliche Uhr haben, die irgendwo auch stoßempfindlich ist, die immer mal wieder revisioniert werden muss und die dann natürlich auch irgendwo teurer ist, dann finde ich es cool, wenn man eine Quarz so im Angebot hat. Vor allem, weil es ja auch praktisch ist. Ich glaube, nicht jeder will jetzt irgendwie einen Handaufzug, das schon gar nicht, aber vielleicht will auch nicht jeder eine Automatik, die er nach zweimal tragen, dann wieder neu stellen muss. Und gerade bei Schmuckuhren merkt man das ja oft, wenn man sich jetzt mal von Cartier die Haute-Jollery-Linie ansieht, okay, das sind dann ja eher Armbänder, Schmuckarmbänder, wo eine kleine Uhr eingebaut ist, aber ich denke mir, gerade für Damen, die einfach die Uhr zum Schmuck tragen, ist so ein Quarzwerk sicher vom Vorteil. Man stellt sie einmal, dann passt das, man stellt sie dann natürlich zur Zeitwende anders, aber im Endeffekt hat man dann die Uhr ohne zu stellen am Handgelenk und sie passt. Und ich finde, dass das schon ein großer Vorteil ist, vor allem für Leute, die einfach sagen, ich wechsle viel bei den Uhren ab und ich merke es ja selbst bei mir, also ich trage meine Psycho-AGS immer gern, wenn ich einfach mal keine Zeit habe, die Uhr zu stellen oder einfach eine Uhr anziehen will, wo ich weiß, die passt jetzt. Und es ist schon bequem, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich war es cool, da irgendwie zehn Tage Gangreserve zu haben, wie bei der Uhr ist Pilot X, wenn die so heißt, glaube ich. Aber wiederum andererseits ist so eine Quarz, wo man sich einfach weniger Gedanken machen muss, echt cool und ich kann von mir selbst behaupten, dass ich absolut gar nichts gegen Quarz habe. Ich bin jetzt kein riesen Quarz-Fan, ich mag natürlich mechanische Ohren lieber, aber ich mag auch Quarz. Ja, ich denke, man muss sich für Mechanik wirklich begeistern und einfach für den Uhrenträger, der das als schönes Accessoire sieht, ist Quarz definitiv legitim und auch praktisch. Also ich sehe da keinen Grund, was dagegen sprechen sollte. Nochmal auf die Thematik mit FP Jouren und Grand Seiko einzugehen. Ich denke, das muss man so ein bisschen differenzieren, dass dahingehend, dass ich denke, dass Grand Seiko wirklich edle Quarzwerke baut, aber zu einem vernünftigen Preis. Also ich weiß nicht, was die FP Jouren kostet, aber das ist ja wirklich dann in dem Quarzwerk auch schon feinste Uhrmacherkunst wieder, wie bei Seiko auch. Ich weiß nicht, wie man das jetzt besser differenzieren kann, aber ich finde, die Seiko-Uhren oder die Grand Seiko-Uhren, da merkst du einfach, wie sehr die auf Langlebigkeit und wirklich auch Alltagstauglichkeit ausgelegt sind. Also was ich jetzt so gelesen und gehört habe, ist, dass zum Beispiel in dieser neuen F-Serie diese ganze Technik in einer versiegelten Kapsel innerhalb des Werkes verbaut ist, wo so gesehen überhaupt kein Schmutz und ähnliches reinkommen kann. Das hat halt den Vorteil, dass die Uhr nicht zu Grand Seiko geschickt werden muss für einen Batteriewechsel, sondern dass der Batteriewechsel bei jedem Grand Seiko-Juwelier oder Konzessionär durchgeführt werden kann. Und das führt halt auch eben dazu, dass es überhaupt die äußeren Einwirkungen auf das Werk sehr, sehr gering sind, soweit ich das verstanden habe. Also kommt keine Feuchtigkeit rein, kein Schmutz im Idealfall. Und das führt halt auch dazu, dass du einen Serviceintervall von rund 50 Jahren hast, soweit ich das jetzt gehört habe. Es variiert sicherlich auch je nach Trageverhalten. Ich weiß nicht, wie weit das bei der Quarz-Uhr zum Tragen kommt. Aber ich denke, dass du die Uhr nicht so wirklich vergleichen kannst, dass die Grand Seiko wirklich eine schöne, edle Alltags-Quarz-Uhr ist und die FP-Juhr mehr so, guck mal her, wir können auch Quarz, aber wenn, dann hauen wir richtig auf die Kacke. Stimmt, das kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Jetzt auch, weil du vorhin gefragt hast, die FP-Juhr-Nelegant 48, die liegt bei circa 15.000 Euro gebraucht auf Chrono24. Also das strahlt ein bisschen nach oben und nach unten. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach sind das einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Man hat bei der Seiko eine wirklich, wie du schon gesagt hast, alltagsdauerliche Uhr, die auch relativ erschwinglich ist. Und dann bei der FP-Juhr, das ist dann schon ein Statement-Stück. Also wenn man sagt, man trägt eine Quarz-Uhr für 15.000 Euro, das ist dann fast schon wie man in den 80ern gesagt hat, okay, man trägt eine Stahl-Uhr für diesen Betrag, wenn es dann um die Royal Oak ging. Also von daher finde ich, dass beide Uhr natürlich ihren Reiz haben. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich beide Uhr tragen würde. Also wirklich Grand Seiko, bin ich wirklich offen für. Ich hatte bislang noch keinen in der Hand, überraschenderweise, aber das wird bestimmt noch folgen, spätestens wenn ich dann mal in Hamburg bin. Und nochmal kurz zu den Serviceintervallen. Ich habe damals bei meinem Praktikum, beim Uhrmacher, mal zusehen können, wie eine Quarz-Uhr geserviced wird. Und das nimmt sich nicht wirklich viel im Vergleich zu einer mechanischen Uhr, wenn man sich jetzt mal die Arbeitsschritte ansieht. Die Uhr wird zerlegt, die Uhr wird gereinigt, die Uhr wird zusammengesetzt, wird geölt und passt dann wieder. Und ich fand das ziemlich erstaunlich, dass man auch eine Uhr mit einem Quarz-Werk so revisionieren kann. Natürlich geht das jetzt nicht bei einer billigen Mode-Uhr, aber bei besseren Quarz-Uhren, wie zum Beispiel Breitling-Uhren oder auch natürlich Batek Philipp und besser, ist das dann kein Problem. Und das finde ich dann auch cool, weil normalerweise denkt man sich, okay, das ist ein kleiner, unter Anführungszeichen, Mikrocomputer. Da kann man nicht viel revisionieren, aber nee, das lässt sich relativ gut reinigen. und ist auch immer mal wieder nötig. Natürlich in viel größeren Intervallen als bei einer mechanischen Uhr. Ja, finde ich ganz interessant. Die Frage ist auch einfach, inwieweit sich das überhaupt lohnen würde, bei einer günstigen Quarz-Uhr das zu revisionieren, weil du dann wahrscheinlich auch einfach ein günstiges Werk für drei, vier Euro oder wieder neu reinsetzen könntest. Daher finde ich einfach so diese Differenzierung zwischen qualitativ hochwertigen und eher günstigen Quarz-Werken ganz interessant, beziehungsweise auch wichtig. Auch wenn ich sagen muss, dass ich mich jetzt auch nicht bei einer Breitling oder sowas für mehrere tausend Euro mit Quarz-Werk sehen würde. Also da bin ich einfach zu sehr Mechanik-Liebhaber und stehe zu sehr auf mechanische Uhren, als dass ich da jetzt wirklich auf eine Quarz-Uhr zurückgreifen möchte. Ich stehe einfach auf dieses Ticken oder dieses Schweben des Zeigers über das Ziffernblatt mag ich mehr als dieses Ticken. Was anderes ist es dann eben in günstigeren Preisklassen. Also zum Beispiel, wir hatten ja eben Swatch schon angesprochen. Ich war gestern eben in der Swatch-Boutique hier in Hamburg und habe mir da mal so ein paar Uhren angeguckt und so als Alltags-Uhr, ich sage mal, wie du gesagt hast, wenn man keine Zeit hat, jetzt eben eine Uhr zu stellen, finde ich sowas richtig cool und bin jetzt tatsächlich auch im Überlegen, mir eine zuzulegen, weil mit 80 Euro oder so sind die echt erschwinglich und die haben jetzt eine neue Kollektion vorgestellt beziehungsweise schon ein paar Monate ist die, glaube ich, alt, die eine ganz interessante Komplikation, wenn man es so nennen möchte, mit sich bringt. Und zwar ist es die Swatch-Pay-Collection. Da kannst du dann über eine App und ähnliches kannst du dann da eben deine Mastercard oder Kreditkarte eben mit verbinden und dann kannst du mit der Uhr kontaktlos bezahlen. Ähnlich wie man das eben schon von Smartphones und Smartwatches kennt, geht das jetzt eben auch in der Swatch. Ich bin nicht so der Smartwatch-Fan und auf dem Handy habe ich es mir irgendwie auch noch nicht eingerichtet, aber in der Swatch fände ich das schon richtig cool. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob man nicht mal bei so einer Uhr zuschlägt, gerade weil einfach entspannt jetzt ans Handgelenk werfen, gerade für den Sommer, wenn du irgendwo am Strand bist, du kannst mittlerweile überall mit Karte zahlen, dann kannst du auch kontaktlos zahlen. Und da wäre das schon echt cool. Und da bin ich echt am Überlegen, zumal es da ja auch echt sommerliche Farbkombinationen gibt, die einfach Spaß machen. Genau, ich habe mir die Uren gerade vorhin nochmal angesehen, als du mich darauf aufmerksam gemacht hattest. Also wir haben das ja gestern schon in der Gruppe mal kurz besprochen. Du hattest da was von den Swatch-Bay-Modellen geschrieben und ich hatte die bislang noch nicht auf dem Schirm. Aber was ich dann wirklich entdeckt habe, dass man mit denen zahlen kann, habe ich das auch direkt cool gefunden, weil ich zahle ja generell immer alles kontaktless, über das Handy oder auch manchmal über die Karte. Und das ist schon eine echt coole Geschichte, wenn man das dann über die Uhr machen kann. Vor allem, weil es eine relativ günstige Uhr ist, die man auch zu jedem Event tragen kann. Die ist wasserdicht, wie alle Swatch-Modelle. Und ich finde das schon wirklich cool. Aber ich will nochmal ganz kurz was sagen zu deiner Aussage vorhin, dass du generell mechanische Uhren bevorzugst. Ist bei mir auch so. Also wenn es bei einer Uhr eine mechanische Version gibt, dann bevorzuge ich die. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mit Quarzuhuhren kein Problem habe, sofern diese keine Sekundenzeiger haben. Das trifft jetzt bei meiner Psycho-AGS nicht zu. Aber ich habe auch Huren, die von einem Quarzwerk angetrieben werden, wo kein Sekundenzeiger verbaut ist. Und da finde ich es dann wiederum cool. Weil man merkt auf den ersten Blick nicht, ob es sich um eine Quarz- oder eine mechanische Uhr handelt. Und man hat die ganzen Vorteile einer Quarzuhu. Wenn man dann natürlich noch eine Uhr hat, wo das wirklich serienmäßig so ist, also wo es keine mechanische Option ist, dann finde ich das relativ cool. Im Prinzip gibt es da ja auch ein prominentes Beispiel. Also die Royal Oak 15202. Die Jumbo ist ja zwar eine mechanische Uhr, aber die hat ja auch keinen Sekundenzeiger. Was diese Uhr ja aber so ikonisch macht, ist ja nicht das Werk, sondern das Design. Es gibt ja Vintage Royal Oaks auch mit Quarzwerk. Und die werden deutlich günstiger gehandelt als die mechanischen Varianten. Und soweit ich weiß, haben die eben auch keinen Sekundenzeiger. Und da finde ich es dann zum Beispiel auch legitim, einfach auf eine Quarz-Variante zurückzugreifen. Weil soweit ich weiß, waren das ohnehin je zugekaufte Werke. Zwar auch qualitativ sehr, sehr hochwertige. Aber die Uhr kauft man wegen ihrem ikonischen Design. So erste Stahl-Sport-Uhr, die einfach so dieses Luxus-Segment von Stahl-Sport begründet hat. Und da finde ich es dann zum Beispiel auch legitim, einfach auf eine Quarz-Uhr zurückzugreifen. Weil das Design ja das Gleiche ist. Genau, gut, dass du es ansprichst. Ich hatte jetzt gerade an die Royal Oak gedacht. Mir ist aber nicht eingefallen. Genau, diese Royal Oak mit 33 Millimetern Durchmesser, das war wirklich nur, die ich lange Zeit auf dem Schirm hatte. Die war mir dann aber trotzdem ein bisschen zu teuer. Denn im Endeffekt 33 Millimeter bei so einer Uhr mit integriertem Armband, die sowieso einen großen Abstand hat, zwischen den Halterständen, die finde ich cool. Die würde ich auch tragen. Ich meine, die 36er, beziehungsweise die 37er Royal Oak und die 36er sind auch cool. Aber jetzt die... Ja, die ist ja schon fast zu riesig. Also die kannst du als Mann gar nicht tragen. Das geht da schon, genau, das geht da schon in die Richtung Oversei. Also ich glaube, Chris, das dürfen wir die Folge nicht zeigen. Dem dreht sich ja alles um mit seinem fetten 42 Millimeter Chronographen von Audemars. Genau, da ist aber auch nicht so der Quarz-Fan. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da irgendwie in die Quelle kommen werden. Wenn du dem erzählst, dass du eine 33er Quarz-Uhr haben möchtest, eine Royal Oak als Quarz-Uhr in 33 Millimetern... Ja, dann gibt es dir was Stress. Dann gibt es Stress. Also wenn wir uns nicht mehr melden, dann wisst ihr, was los ist. Genau. Ja, aber wie gesagt, diese Referenz 67650 SD, für die, die es interessiert, die finde ich immer noch ziemlich cool. Ich denke mir vor allem, so eine coole Uhr für den Alltag. Die ist relativ stabil, hat ein Quarzwerk, man muss sich nicht viele Gedanken machen. Aber ganz ehrlich, die liegt so circa bei 9.000 Euro gebraucht. Da würde ich dann aber eher den Aufpreis zu einer Bicolo 14.97 zahlen. Die liegt dann irgendwo bei 12.000, 13.000. Das wäre es mir aber dann schon wert, wenn man einfach eine Uhr hat mit besseren Proportionen und natürlich einem Automatikwerk. Ich merke aber auch bei meinen Freunden aus der Cartier Community, dass denen das ganze Thema weitaus weniger wichtig ist, denn Cartier, das ist nun mal die Uhrenmarke der Formen. Da geht es weniger um die Werke. Die hatten ja ganz lange gar keine eigenen Werke und die kaufen teilweise Dank Solo oder auch Ballon Bleu und solche Modelle alle als Quarz-Versionen oder auch die Santos Dumont, die neue. Und die finden, dass es sie überhaupt nicht stört. Also denen geht es rein um die Optik der Uhr, um das Design, was ja auch bei Cartier der ausschlaggebende Punkt ist. Und die sind relativ froh, darum ein Quarzwerk drin zu haben. Also ich finde, da gibt es immer verschiedene Meinungen und auch verschiedene Standpunkte. Also ich würde mir jetzt beispielsweise, wenn es das geben würde, eine lange als Quarz-Uhr, nicht wirklich interessant vorstellen, denn lange ist einfach die Uhrenmarke der Werke, der Komplikationen und die legen ja natürlich, was das Design angeht, nicht so viel Wert auf das Gehäuse. Verstehe mich nicht falsch, natürlich ist das Gehäuse sehr, sehr geil designt und extrem hochwertig verarbeitet. Aber man wird, genau, bis auf die Cabaret zum Beispiel, wird man bei der Lange jetzt nicht wirklich ausgefallene Formen finden. Und deshalb finde ich, dass es bei so Marken, wo es wirklich um das Design geht oder auch bei so Uhren, wie beispielsweise der Royal Oak oder auch der Naudilus 47 Doppel-Null, da ist es meiner Meinung nach halb so wild, wenn man sich wirklich für die Form begeistern kann. Ich denke, bei diesen ganzen Form-Geschichten oder beziehungsweise, wo die Uhr sehr stark vom Design lebt, ist es auch immer eine Preisfrage. Also ich finde zum Beispiel deine Cartier Tank, also die, nicht die Baskulante, sondern die Musti-Cartier, die finde ich echt cool, habe ich mich auch schon mal nach oben geschaut. Aber die ganzen Handaufzugs-Varianten, wie du sie hast, liegen ja glaube ich so im vernünftigen Zustand so zwischen 800 und 1000 Euro. Da kannst du mich jetzt korrigieren. Und Quarz-Varianten findest du da schon ja so um die 400, 500. Und da finde ich dann den Schritt zu einer Quarz-Uhr echt legitim, würde ich auch machen, wenn es irgendwann mal in Frage kommt. Einfach weil es günstiger ist, du hast eine unkomplizierte Uhr, die du dann tragen kannst und da geht es wirklich ums Design. Du hast keinen störenden Sekundenzeiger, der dann tickt. Da gibt es für mich jetzt keinen Grund eine Handaufzugs-Uhr dann zu kaufen, weil ich das Geld dann lieber sparen würde und dann für eine mechanische Uhr noch on top irgendwann ausgeben würde. Genau, da stimme ich dir zu. Also gerade bei der Musti-Cartier ist das ja ziemlich variabel, was die Preise angeht. Also man findet die ja angefangen irgendwo bei 600 Euro manchmal auch drunter, aber dann sind es wirklich sehr, sehr abgerockte Exemplare. Aber die erstrecken sich dann auch hoch bis 1500, sogar 2000 Euro für wirklich sehr gute Haltenexemplare, denn der Nachteil dieser Uhr ist natürlich die Vergoldung und das bedeutet, dass die Uhr dann irgendwann einfach abgerockt aussieht, wenn man sie viel trägt. Und ja, ich hatte einmal das Glück, wirklich eine neue zu finden, eine wirklich New Old Stock aus 1980 oder 82, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und die ist Handaufzug, aber ich sagte ganz ehrlich, Verdi Quartz würde mich auch nicht mehr stören. Da ist ein ETA-Werk drinnen, ein ziemlich zuverlässiges. Ist nochmal cooler, wenn sie Handaufzug ist, weil es einfach ein bisschen der Geschichte näher kommt, der richtigen Denk. Aber mich würde es nicht stören und ich kann jeden, der sich für eine Mastercardier-Dank interessiert, die Quartz-Version wärmstens ans Herz legen. Ja. Wie ist das eigentlich bei einer Vergoldung? Also ich glaube, die Cartier-Tank, also die Mastercardier-Tank ist ja ein massives Silbergehäuse oder hat ein massives Silbergehäuse und dann eben vergoldet in den meisten Fällen. Kann man die Vergoldung irgendwie abmachen und dann ja neu vergolden lassen? Ja, zuerst finde ich das jetzt mal cool, dass wir den Cartier-Podcast jetzt weiterführen. Also herzlich willkommen nochmal zurück, Janelle. und ja, die Mastercardier-Tank, die heißt ja Vermeil, also das ist ein massives Silbergehäuse aus Starlink-Silber und die Uhr wurde dann mit ich glaube 80 Mikron vergoldet, also nagelt mich darauf jetzt bitte nicht fest und ja, man kann die Uhr theoretisch polieren, also man kann die Goldschicht runter polieren und hat dann eine silberne Uhr. Es gab die auch mal in einer silbernen Variante beziehungsweise in einer weiß-goldenen Variante, die wurde dann weiß-gold vergoldet und ich habe mir teilweise auch schon überlegt, ob ich meine irgendwann, wenn sie mal runtergerockt sein sollte, ob ich die dann einfach poliere, damit sie silber ist und sie dann rodiniere, um sie in einer weiß-gold-Optik zu haben. Das wird dann allerdings nicht so cool aussehen, denn die Schrift aus dem Ziffernblatt ist ja Gold, also die Zeiger und die Krone, die hätte ich dann eigentlich einfach mit vergolden, aber dann habe ich mir überlegt, das zu lassen und jetzt mittlerweile trage ich die eh nur mal selten, weil sie wirklich vom Zustand her mitunter die Uhr im besten Zustand in meiner Sammlung ist und ich da einfach ein bisschen darauf aufpasse, denn das ist meiner Meinung nach einfach eine wirkliche Zeitkapsel, die wurde bis vor einem Jahr also wirklich nicht getragen. Ich hatte die damals wirklich als New World Stock bekommen, noch mit dem originalen Rückenaufkleber und aus dem Grund habe ich mir gesagt, okay, ich trage die jetzt nur noch zu ganz speziellen Anlässen, weil man darf natürlich nicht vergessen, das Silber ist ziemlich weich, die Vergoldung ist jetzt auch nicht mega dick, also die wird irgendwann abgehen, natürlich kann man die Uhr jetzt lang tragen, also ich habe gesehen, die wurden wirklich ein paar Jahre lang getragen und die sehen immer noch gut aus wie die erste, die ich hatte, denn ich hatte ja mal eine mit dem weißen Ziffernblatt, beziehungsweise mit den weißen römischen Zahlen auf dem schwarzen Ziffernblatt, die habe ich ja nicht mehr, aber ja, wie gesagt, von der Optik her absolut einer der schönsten und das ist dann wirklich auch die beliebteste Uhr auf meiner Instagram-Seite. Ja, so, ich denke, wir hören jetzt mal wieder mit unserem Cartier-Talk auf, ist sicherlich ein sehr interessantes Thema und da werde ich mich auch mal näher mit beschäftigen müssen, beziehungsweise möchte ich mich auch näher mit beschäftigen. Ich denke, wir können die Folge jetzt ganz gut so zusammenfassen, dass man einerseits differenzieren muss zwischen Billig-Quarz-Werken in Modeuhren und wirklich robusten, qualitativ hochwertigen Quarz-Uhren. Da kommt es dann einfach drauf an, auf was man möchte. Hat man eine Vorliebe für Mechanik oder sucht man einfach eine schöne Uhr mit einem schönen Design, mit einer guten Verarbeitungsqualität, dann spricht sicherlich nichts gegen eine Quarz-Uhr, dann hat man eben auch die Vorteile einer höheren Ganggenauigkeit, so gesehen eine lange Gangreserve, weil die Batterie nur selten ausgetauscht werden muss und ansonsten ist es wirklich eben auf persönliche Präferenzen zurückzuführen, wenn man lieber eine Automatik oder mechanische Uhr generell haben möchte und ich denke, dass wir diese ganze Thematik rund um qualitativ hochwertige Quarz-Uhr noch mal ein bisschen ausdehnen müssen, vielleicht in einer anderen Folge. Bleib da auf jeden Fall gespannt, vielleicht kommt da in nächster Zeit mal was. Ja, was ist so deine abschließende Meinung dazu, was ist dein Fazit dieser Folge? Ja, ich bedanke mich jetzt nochmal bei dir, dass wir auch noch einen kurzen Exkurs zu Quarz-Uhr machen konnten, also da freue ich mich natürlich drüber und ja, Quarz-Uhr an sich eine coole Sache, haben definitiv eine Daseinsberechtigung. Ich kann nur allen raten, sich mal ein bisschen mit Quarz-Uhr zu befassen, es gibt nicht nur günstige, billige Mode-Quarz-Uhr, sondern es gibt auch wirklich hochwertige Quarz-Uhr und deshalb finde ich, dass in jeder Sammlung eine Quarz-Uhr sein sollte. Meine persönliche Empfehlung, holt euch eine Psycho-AGS, wenn ihr irgendwo eine findet, denn da hat man dann mit dem Rotor auch noch eine mechanische Komponente drinnen und ja, das war es dann eigentlich von mir. Ich lasse jetzt noch das letzte Wort und abschiebe mich schon mal. Ja, ein Punkt, den ich so ein bisschen vergessen hatte, wir hatten auf Instagram ja einfach mal so nach eurer Meinung zu der ganzen Thematik gefragt und das deckt sich ja recht einheitlich mit dem, was wir gesagt haben. So die meisten Meinungen gingen halt dahin, dass es gerade, wenn es um Anwendungen geht, wo es ein bisschen rauer wird, wo eine mechanische Uhr vielleicht zu schade ist, dass dann der Quarz-Uhr genau richtig ist und dass es einfach davon abhängt, was für eine Quarz-Uhr man sich kauft. Also wenn man das richtige Werk drin hat, von einem Hersteller, der da wirklich auch viel Liebe ins Detail steckt, Grands Eicos, denke ich so, das Paradebeispiel, was man da nennen kann, die ja wirklich auch einen sehr, sehr großen Manufakturanteil an der Uhr haben, also die züchten ja selbst ihre Quarzkristalle für die Uhren selber. Wenn man sowas dann eben hat beziehungsweise sich dafür interessiert, absolut legitim und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für die Folge. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, dass wir eben hier einen kleinen Watchtalk hatten und dann hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Habt noch einen schönen Tag.